Willkommen zu diesem Lösungsvideo für eine Klausuraufgabe aus dem Jahr 2014. Die Aufgabe lautet wie folgt. In einem Behälter befinden sich bei 25 Grad Celsius und einem Bar feuchte Luft. Das Gas enthält folgende Komponenten. 75,5 Gramm Stickstoff, 23,1 Gramm Sauerstoff, 1,3 Gramm Argon und 1,8 Gramm gasförmiges Wasser. Nun sollen wir den Wasserdampfpartialdruck in dieser Luft berechnen und anschließend den Taupunkt dieser Luft ermitteln. Das geht wie folgt. Zunächst einmal benötigen wir sämtliche Molmassen aller unserer in der Luft vorhandenen Komponenten. Das sind 28,013 Gramm pro Mol für Stickstoff, 31,999 Gramm pro Mol für Sauerstoff, 39,948 Gramm pro Mol für Argon und 18,015 Gramm pro Mol für Wasser. Aus diesen berechnen wir nun die Stoffmengen. Das sind 2,7 Mol für Stickstoff, 0,72 Mol für Sauerstoff, 0,03 Mol für Argon und 0,1 Mol für Wasser. Daraus ergibt sich eine Gesamtstoffmenge von 3,55 Mol. Anschließend berechnen wir den Molenbruch mithilfe dieser Formel. Dort setzen wir unsere Stoffmenge für Wasser ein, da wir ja den Partialdruck von Wasser berechnen wollen. Dieser beträgt 0,028. Nun berechnen wir mithilfe des deutschenschen Partialdruckgesetzes den Partialdruck von Wasser. Dafür benötigen wir unseren gerade berechneten Molenbruch und den Gesamtdruck. Dieser liegt ja bekanntlich bei einem Bar. Daraus folgt, dass wir einen Partialdruck von 0,02 Bar oder 2800 Pascal haben. Um nun den Taupunkt zu berechnen, benötigen wir die Gleichung von Antoine. Diese ist hier bereits so umgestellt, dass wir unser Ergebnis direkt in Grad Celsius erhalten. Hier habe ich dann den Partialdruck für P eingesetzt, die Formel ausgerechnet und erhalte eine Temperatur von 22,9 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur liegt unser Taupunkt. Eins 사람�er 18kelt Aires Die Querpunkte Wollung Wir by Der Wir Wir Wir